Hey Kenas, was geht denn bei euch? Vielleicht ist das Fenster denn mehr dreckig, ich hab jetzt nicht geguckt. Warte mal kurz. Shit ist es. Aber egal, ergötzt euch einfach an dem Dreck, kurzzeitig. Ich hab heute keine Lust rumzulaufen, weil meine Haare gerade voll behindert aussehen. Wie bei so einem Opa, aber egal. Ich geh hier schon, hab ich nicht gesagt. Informationen für euch. Erstens, ich habe jetzt ein Forum. Blacklaw hat ein Forum erstellt, für euch alle. Er hat gesagt, er findet es so toll, dass ich eben so community nahe bin. Und diese Nähe will ich weiterhin pflegen. Und deshalb können wir in Form eines Forums, also das er eben erstellt hat, natürlich noch viel besser zusammen interagieren, als es eben so öffentlich über Facebook und was weiß ich der Fall ist. Weil wir dann natürlich intern so ein paar Sachen einfach schwätzen können. Das Forum ist zwar für jeden zugänglich, aber natürlich melden sich da nur die richtig coolen an, ist ja klar. Ich merke gerade, dass ich das hätte auf ein Stativ stellen sollen, nicht in der Hand halten sollen. Die Kamera, wow, fast am Stuhl gefallen. Erster Punkt abgehandelt, Forum abgehakt. Haken ist, äh, Haken. Vor dem Link ist übrigens hier nochmal in der Beschreibung und wird ab jetzt immer in der Beschreibung erscheinen. Zweiter Punkt, über Blacklaw haben wir auch einen neuen Teamspeak-Server. Ich werde den alten bald abmelden und dann den neuen Teamspeak-Server von Blacklaw eben, äh, einfügen über IP-mäßig. Gameserver sind da auch mit dabei, betrügbar ist ja einer, er kann umstellen und hin und her. Das sind wir noch am abklären, das muss ich noch mit dir besprechen, Blacklaw. Äh, wie wir das, wie wir das dann machen, ob da irgendwas läuft dann oder was weiß ich. Also Server-Technik, Counter-Spread-Go oder irgendwas. Dritter Punkt, du, genau du, wenn du jemand bist, der meine Videos nur auf Facebook guckt, wir es im Moment sogar 70% meiner Zuschauer tun. Ich kann sehen, wie viele Prozent der klickenden Leute mich auch abonniert haben. Von Facebook kommen sehr, sehr viele Klicks. Also, falls du jemand bist, der meine Videos gerne schaut, weil das ja auch irgendwo sieht, in irgendwelchen Gruppen oder sowas. Und du möchtest aber keinen YouTube-Kanal machen, um, ähm, um eben zu abonnieren oder was weiß ich, gar kein Problem. Ich habe eine Facebook-Fanpage, die ist hier unten unter dem Video verlinkt. So, wenn du, die, äh, kannst du einfach abonnieren, beziehungsweise eben öfter aufsuchen, denn da poste ich immer das aktuellste Video. Und ich habe vor, was wohl noch etwas besser als eine Facebook-Fangruppe ist, einfach nochmal eine normale Facebook-Gruppe zu machen. Denn wenn ihr in einer Gruppe beitretet, bekommt ihr immer, wenn in dieser Gruppe etwas gepostet wird, eine kleine Benachrichtigung. In der Gruppe wird es so sein, dass, ähm, ich einfach jedes Mal, äh, auch das aktuelle Video reinposte. Und mit dieser Gruppe kann ich natürlich viel mehr Leute erreichen, wie mit dieser Fanpage. Diese Gruppe habe ich noch nicht erstellt. Ich werde es jetzt aber im Laufe jetzt noch, äh, der Videobearbeitung erstellen. Und den Link auch unten in die Beschreibung reinwursten. Also, ähm, ihr müsst natürlich überhaupt gar nichts davon besuchen. Ähm, wenn ihr gerne weiterhin ab und an einfach bei mir vorbeischaut, beziehungsweise darauf wartet, dass es in eurer Lieblingsgruppe, in der ihr seid, das Video gepostet wird, dann macht das ruhig auch so. Ich will euch zu nichts zwingen, aber ein bisschen schon, also macht den Scheiß. So weit, so gut. Mir fällt gleich der Arm ab. Ich habe jetzt wieder den anderen angenommen, denn durch. Vielen Dank an alle, die gestern beim Community haben mit dabei. Er war, das hat richtig Spaß gemacht. Agario und Achin die Kurve waren wieder, äh, Top-Spiele. Habt euch schön ausgedacht. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Abend mit euch. Und ja, ich weiß, ich habe die letzten paar Videos wieder vergessen zu sagen, dass ihr einen Daumen hoch geben sollt, aber ich, das ist einfach, ich denke einfach nicht dran, das ist einfach, weil ich es halt nie gemacht habe. Aber jetzt geht einfach einen Daumen hoch. Obwohl das Infovideo gar nicht, ne, das Infovideo ist auch wichtig, ich gebe auch mal einen Daumen hoch. Ich denke von meinen eigenen Videos, dass sie unwichtig sind. What the fuck, bro? Ich habe da im Moment auch noch was am Laufen. Ich, ähm, will euch noch nicht genau verraten, was es ist, weil wenn es schief läuft, dann habt ihr gar nichts davon mitbekommen. Aber wenn es gut läuft, kommt dann bald eine neue Sparte an Videos auch noch mit dazu geschwemmt. Darüber erscheint dann vielleicht ein oder zweimal im Monat ein Video, ihr glaubt aber, ich will euch auch nicht immer überrollen sonntags mit den Infos. Geht ins Forum, abonnieren, favorisieren, küsst meinen Arsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.